Einen wunderschönen guten Tag vom Wolfsburger Versicherungsmakler hier aus dem Büro für Wirtschaftliche Lebensplanung. Manchmal kommt es vor, dass man seinen Versicherungsmakler vielleicht erreichen möchte, weil gerade irgendein Notfall eingetreten ist. Und genau für diesen Fall habe ich die Notfallnummer. Die ist tatsächlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche geschaltet. Da kommt kein Anrufbeantworter oder auch kein Callcenter. Das ist wirklich eine Nummer, die durchgeschaltet wird auf mein Telefon. Und für den Fall, dass mal ein Notfall eintritt, könnt ihr, können sie da anrufen. Die Rufnummer ist die 700 6257, Wolfsburger Vorwahl, 700 6257. Ja, ich wünsche euch möglichst wenig Notfälle. Bis dann, alles Gute, ihr euer Florian Rex.